Heute Nachmittag wurde Wolfgang Ippold in der Kathedrale St. Jakobus in Görlitz zum Bischof geweiht. Sein Vorgänger im Amt war als Bischof nach Augsburg gewechselt. Bis zu seinem Ruf nach Sachsen leitete der 57-Jährige das Priesterseminar in Erfurt. Statt in einer großen Kathedrale feierte Wolfgang Ippold seine Gottesdienste bisher in der kleinen Hauskapelle des Seminars. Es ist die einzige Ausbildungsstätte für angehende Priester aus den Bistümern der Neuen Länder. Die Nachricht, dass Papst Benedikt ihn zum neuen Bischof in Görlitz berufen hatte, erreichte Wolfgang Ippold Ende Juni. Zuerst habe ich gedacht, das ist nicht wahr. Die haben sich vielleicht geirrt. Aber dann habe ich mich innerlich gefasst und habe dann gesagt, gut, wenn das so ist, dann musst du jetzt lernen, das anzunehmen und Ja dazu zu sagen. Ippold lebte sieben Jahre mit seinen Studenten im Priesterseminar. Das Theologiestudium findet an der Uni statt. Regens heißt der Chef eines Priesterseminars. Und an ihrem Regens haben die Studenten vor allem geschätzt. Auch seine Ehrlichkeit, seine Offenheit und die Klarheit auch in dem, was er gesagt hat. Und dass man auch genau wusste, wenn er etwas gesagt hat, darauf kann man sich verlassen, danach kann man sich richten. Die gemeinsamen Mahlzeiten mit seinen Studenten werde er vermissen, sagt Ippold. In seinem neuen Amt will er die Tradition der Versöhnung mit den polnischen Nachbarn fortführen. Ihre Sprache will er lernen. Der Abschied vom Priesterseminar in Erfurt falle ihm nicht leicht. Thüringen ist meine Heimat. Hier bin ich geboren. Und das muss man einfach sagen, es ist schon ein Schritt in eine ganz neue Umgebung auch. Und ein neues Wagnis. Wer Nachfolger von Wolfgang Ippold in Erfurt wird, steht noch nicht fest. Ein wichtiger Tag war das heute für das Bistum Görlitz. Denn seit über einem Jahr gab es hier keinen Bischof an der Spitze der Katholiken. Mit rund 30.000 Gläubigen ist das Bistum Görlitz von der Mitgliederzahl her das kleinste Bistum in Deutschland. Flächenmäßig jedoch ist es eines der größeren. Es reicht bis nach Brandenburg hinein. Im Juli 2010 hatte Papst Benedikt XVI. den bis dahin amtierenden Bischof Konrad Staser nach Augsburg versetzt. Heute nun sollte sein Nachfolger ins Amt eingeführt werden. Anja Köbel ist für uns in Görlitz. Anja, ist es denn vollbracht? Ja, Uta, es ist vollbracht. Seit reichlich zwei Stunden hat das Bistum Görlitz einen neuen Bischof. Und die Anspannung, die hier im Vorfeld zu spüren war, die ist inzwischen gewichen. Und zwar einer ausgelassenen Freude. Und man kann sogar sagen zur Stunde den irdischen Genüssen. Denn der neue Bischof ist mit vielen seiner Gäste zu einem ganz entspannten Abendbrot in der Innenstadt. Ja, und neben der feierlichen Liturgie, die natürlich sehr beeindruckend war, fanden wir noch etwas ganz anderes wunderbar. Nämlich, dass so viele Gäste heute hier waren, um bei der Weihe ganz nah dabei zu sein. Es waren so viele Menschen, dass die Plätze in der Kirche längst nicht ausreichten. Viele Gläubige mussten die Bischofsweihe im Zelt am Bildschirm verfolgen, denn in der Jakobuskirche war kein Platz mehr. Eine Weihefeier gehört zu den wichtigsten und aufwendigsten Zeremonien in der katholischen Liturgie. Zu Beginn verlass der Vertreter des Papstes das Ernennungsschreiben für den neuen Bischof Wolfgang Ippold. Nehmen Sie, lieber Herr Bischof, dieses Erbe wahr. Als treuer und gewissenhafter Verwalter der Gaben Gottes, auf das Sie einst das Wort des Herrn hören können, du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen, geh ein in die Freude deines Herrn. Auch in der katholischen Kirche geht es manchmal sehr schnell. Die Weihe nahm der Berliner Erzbischof Rainer Maria Woelki vor, er wurde selbst erst gestern zum Bischof geweiht. Um kurz nach 16 Uhr erfolgte die eigentliche Weihe durch Handauflegen, eine der ältesten symbolischen Handlungen in der katholischen Kirche. Ring, Mitra und Bischofsstab sind die Insignien, mit denen das Amt des Bischofs für jedermann sichtbar wird. Insignien der Macht sollen es aber nicht sein, so der neue Bischof. Man muss immer auch den Bodenkontakt haben als Bischof. Bei so einem hohen Amt braucht man die Nähe auch zu den Menschen und ihren Fragen. Gratulationen kamen auch aus der Politik. Die Aufgaben sind vielfältig und der Bischof hat ja nicht nur die eine Aufgabe, die seelsorgerische und die Betreuung der Gläubigen, sondern Kirche ist ja heute auch Schule, Kindergarten, Altenpflegeheime, Jugendarbeit. Und wie ich eben gerade sagte, auch als Brückenbauer zu den polnischen Nachbarn wird dieses Bistum, so wie in der Vergangenheit, auch in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Als Brückenbauer gilt auch der neue Görlitzer Bischof, der gerne zu den Menschen geht. Heute kamen die Menschen vor allem zu ihm. Den Namen Wolfgang Ippold kannten im Vorfeld wohl die wenigsten Menschen hier im Bistum Görlitz. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn Bischof Ippold kommt ja aus Thüringen, hat dort die meiste Zeit gelebt und gearbeitet. Und man muss an dieser Stelle vielleicht auch einmal sagen, die Thüringer, die ließen ihn nur schweren Herzens ziehen, denn es heißt, Bischof Ippold sei ein richtig netter Kerl. Das gemeinsame Frühstück im Priesterseminar in Erfurt. Bischof Ippold werden solche fast familiären Momente bestimmt fehlen. Sieben Jahre lang hat er sich hier um den Priesternachwuchs gekümmert. Geboren wurde Wolfgang Ippold vor 57 Jahren in Gotha. Fast sein ganzes Leben hat er in Thüringen verbracht. In Erfurt studierte er Theologie. Hier wurde er auch zum Priester geweiht. Seine erste Stelle als Kaplan trat er in Worbis an. Später arbeitete er als Pfarrer in Nordhausen. Sein neues Bistum in Görlitz hat er schon einmal im Juli besucht. Ein erster Kennenlernbesuch. Und schon damals eine Generalprobe für den großen Medienrummel heute, bei seiner Bischofsweihe. Der heutige Tag ist also ein Neuanfang sowohl für das Bistum Görlitz als natürlich auch für Bischof Ippold persönlich. Denn man muss auch sagen, so ein Amt übernimmt man nicht einfach so. Man wird auch nicht gewählt, sondern so wie es eben heute hier geschehen ist, man wird feierlich geweiht. Und diese Weihe, die gilt dann auch für das ganze Leben. Und am Ende dieses Tages, Uta, waren hier viele Stimmen zu hören, die sagten, ja, der Bischof Ippold, das ist einer von uns. Und dieser Bischof ist der Richtige für unser Bistum.